Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast. Hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Bäumler Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Gab es nicht mal einen bekannten Eiskunstläufer, der Michael Bäumler hieß? Moment, muss ich gerade mal eben gucken. Eiskunstläufer. Ich habe gar keine Ahnung. Nein, der hieß Hans-Jürgen Bäumler. Der hieß Hans-Jürgen Bäumler. Und Hans-Jürgen Bäumler hat nämlich mal im ZTF, meines Wissens, dann eine TV-Show moderiert. Die hieß nämlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die hat er in den 80ern moderiert. Und das war so eine lustige Quiz-Show, wo man irgendwie Worte raten musste. Und am Ende fiel irgendwie ein Apfel von einem animierten Baum oder so irgendwas. Herzlich willkommen bei den Track Nerds, der Show, wo wir alle 14 Tage, fast alle 14 Tage, jetzt sind wieder mal drei Wochen geworden, über Star Trek reden. In diesem Fall Strange New Worlds. Wir werden heute besprechen die Folgen 6, 7 und 8. Und da war dann doch eine Menge dabei. Bevor wir aber hier in die Folgen so richtig eintauchen, wollen wir natürlich auch nochmal euch sagen, was ihr denn sonst noch so von uns hören könnt. Und unglaublich viel. Da geht ihr einfach auf nerdizismus.de und da seht ihr alle unsere Shows, unsere Artikel, unsere Sachen, die wir jemals gemacht haben. Von unserem klassischen Hauptcast über die Hero Nerds mit Comicsachen bis zu den Jedi Nerds, den Track Nerds, wo wir hier sind. Den Dead Nerds, Hawking West Nerds, Game of Nerds, bla bla bla. So viel, da kann ich jetzt gar nicht heute alles beenden. Und beenden könnt ihr das Ganze auch, indem ihr uns Feedback gebt und gerne schreibt. Und zwar an die Info at nerdizismus.de. Gerne per Mail euer Feedback. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 015259647709. Gerne auch als Sprachnachricht. Oder diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Ganz genau. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback über die verschiedenen Kanäle, sei es auf Podcast Addict, sei es auf Spotify oder bei iTunes. Da ist natürlich mit einem Review dieser Show am meisten geholfen. Eine kleine Ankündigung noch für diejenigen, die auch schon Nerdy Christmas immer hören. Wir werden, der Chris Quitschke von Last Geek Tonight und ich, werden das Ganze mal live on Stage machen am 20.10. im Rabbit Hole Theater in Essen. Karten gibt es noch keine, aber seid euch gewahr, es gibt nur 40 Plätze. First come, first serve. Also von daher haltet euch ran und macht euch schon mal ein Knoten ins Taschentuch für den 20.10. in Essen. So, jetzt haben wir ja das letzte Mal ein bisschen das Feedback brach liegen lassen und deswegen denke ich mal, sollten wir, weil ich auch gar nicht so weiß, ob wir zu diesen Folgen so viel zu sagen haben, ich bin gespannt. Meine Zettel sind kurz, das weiß ich noch nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Bisher waren es eher schlechte Nachrichten, wenn die Zettel lang waren. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Aber es gibt ein paar Neuigkeiten, denn wir wurden auch immer wieder so ein bisschen nach Merch gefragt und Michael, ich habe gesehen, du bist schon fleißig dabei, um deinen Merch Store einzurichten. Ja, wir müssen im Prinzip nur noch freigeschaltet werden. Wir wurden öfter schon nach Tassen gefragt. Ja, werden wir haben. Wir werden eine gewisse Auswahl haben und ich hoffe, wir werden auch überhaupt freigeschaltet, weil wir ja auch, naja, zumindest einige Dinge da verwenden, die man als, äh, ja, grenzwertige Parodie oder Copyright-Überschreitungen betrachten könnte. Keine Ahnung. Wer unser TrackNerds-Logo kennt, weiß, dass wir das Track-Logo da so ein bisschen drin verwenden und meine Hoffnung ist, dass das alles so als kleines Ding durchgeht. Und dann könnt ihr euch wunderbar einkaufen in dem ganzen Ding, ähm, ja, ist auch eher so eine, so eine nette kleine Sache, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir produzieren das ja Ganze nicht selber und das machen wir eher für euch. Das gibt ein paar, paar Euronen, aber auch nur vielleicht unsere Serverkosten mal zu tragen. So, sowas in der Art, also wir werden da ganz sicher nicht reich mit, aber wenn wir euch damit eine kleine Freude machen, dann freut uns das natürlich, um einfach zweimal das Wort Freude zu benutzen und wenn ihr dann natürlich, wenn das dann Ding live ist, das könnt ihr auf nerdizismus.de, keine Ahnung, Slash Shop oder so, wird es wahrscheinlich irgendwie erreichbar sein, denke ich mal. Ja, und dann könnt ihr uns ja auch mal ein bisschen Feedback geben, was ihr uns so wünscht und dann können wir ja mal gucken, ob das dann mit dem Produzenten auch machbar und umsetzbar ist. So, Feedback gab es auch wieder reichlich und ein paar Mails habe ich rausgesucht, unter anderem die von deinem Namensvetter Michael von Michael und er hat eine sehr lange Mail geschrieben und ich finde, wenn sich jemand die Mühe gibt, uns so eine lange Mail zu schreiben, dann hat er es auf jeden Fall auch verdient, dass wir da näher drauf eingehen und deswegen wollen wir doch mal hören, was der Michael zu sagen hat unter dem Betreff Star Trek. Bis auf eure Reviews bin ich raus. Hallo zusammen, ich hatte euren Review zu den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel Strange New Worlds gehört. Unter anderem hattet ihr die Frage gestellt, paraphrasiert, warum Star Trek nicht mehr eine stetige Zuschauerschaft hat, beziehungsweise das Interesse eher gering ist, trotz Paramount Plus Home of Star Trek. An sich wollte ich schon am 11. Juli schreiben, dann kam jetzt ein paar Urlaubs dazwischen und wo ihr jetzt schon die Reviews zu den Folgen 3, 4, 5 rausgeharrt habt, dann eben jetzt. Hier nur meine Punkte, die ich in den Raum werfen möchte, Gegenrede gerne erwünscht. Okay, mal schauen. So, das Grundlegende, die Transition von Science Fiction zu Science Magic. Ganz schön klein geworden, der Kosmos. Der Weltraum ist ziemlich geschrumpft in den neuen Serien. Man kommt echt schnell überall hin. Entfernungen sind nur noch abhängig von den Erfordernissen des Drehbuchs. Auch mit nicht-warpfähigen Shuttles kann man ganz schön Meta machen. Wo ist die Enterprise, wie lange ist sie unterwegs, ist sie wirklich da sehr weit draußen, ohne direkte, ohne schnelle Hilfe. Distanzen und lebensfeindliche Ödnis des Weltraums sind meiner Meinung nach nicht mehr da. Analog käme im Western auch niemand auf die Idee, am Nachmittag mal schnell durch die Great Plains zu reisen, um sich flugs nach Kalifornien aufzumachen. Ja, so Schnellreise-Sachen, ne? Ich weiß nicht, fing das mit der letzten Staffel Game of Thrones an? Auch mit der vorletzten? Ja, ich glaub's eher nicht. Das waren schon andere Sachen, die es öfters gemacht haben. Aber ich muss vollkommen zustimmen. Wenn man so mal drüber nachdenkt, haben wir nicht diese typischen zwei, drei Wochen Reisen oder monatelang keinen Kontakt zu irgendwem in den neuen Serien. Disco hat das ganz krass gemacht. Und die anderen waren alle nicht so auf dieses Discovery-Ding, auf dieses Entdeckungs-Ding eingestiegen. Ich weiß nicht, wie es bei Prodigy ist, weil Prodigy hab ich immer noch nicht nachgeschaut. Aber Strange New Worlds würde ich mich doch manchmal freuen, wenn man auch das Gefühl hätte, dass die Neues erkunden. Ja, zumindest story-wise. Aber vielleicht kommen wir bei diesen drei Folgen dazu. Wissenschaftliche Berater, Ideen und Fact-Checking. Dafür ist wohl kein Geld mehr da. Eine aktuelle Star Trek-Folge tippt noch nicht mal mit dem kleinen C in den See der wissenschaftlichen Erkenntnis. Eure Folge mit Metin Thola, die ich übrigens an der Stelle sehr empfehlen kann, zu früheren Serien und der wissenschaftlichen Basis der darin geäußerten Sachveralte sei hier nur als Referenz genannt. Ja, ganz genau. Das war ein wirklich launiges Interview. Den sollten wir eigentlich nochmal holen. Ich glaube, der hat noch mehr zu sagen, als nur ein bisschen was zu Star Trek. Star Trek hatte diesen Fable für wissenschaftliche Genauigkeit. Das ist schlicht nicht mehr wichtig für die aktuellen Autoren und Autorinnen. Das ist im Kontext der Genreserie aus meiner Sicht essentieller Bestandteil des Word-Buildings. Man muss es als Zuschauer nicht bis ins Kleinste verstehen, aber ein korrekter Fakt hier oder da, ein naturwissenschaftlicher Denkanstoß kann der Immersion nicht schaden. Ja, sehe ich ja genauso. Also, natürlich war da auch früher ab und zu mal viel Quatsch dabei und sowas wie Transporter und so muss man halt und Warp-Antrieb muss man natürlich erstmal so grundsätzlich halt kaufen. Aber alles andere hat man sich zumindest so, ich sag mal, den Anschein von Mühe gegeben. Und das geht mir halt heute irgendwie ab, wo einfach random irgendwie, also ich erinnere mich da mit Schrecken an diese eine Folge, als man in Stranger Worlds da am Rande dieses schwarzen Loches halt dann da rumgeflogen ist. Und ich sag mal, dass Nebel im Universum eigentlich keine Nebel sind, sondern nur wie Nebel aussehen, weil wir sie von Millionen von Lichtjahren Entfernung betrachten. Okay, das ist halt nun mal so. Ja, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist wirklich kein Fokus mehr von New Trek, was das angeht. Aber ich bin ja letztes Mal so ein bisschen darauf eingegangen, was für ein Gefühl mir Strange New Worlds gibt. Und da bin ich mittlerweile noch stärker dabei, dass das noch eine Serie über die Charaktere und über das Gefühl, die Atmosphäre so ein bisschen von Star Trek ist, ohne dass sie zu sehr in solche Details reingehen, die natürlich für viele Fans genau das ist, was man an Star Trek damals geliebt hat. Aber ja, das brauche ich nicht nochmal ganz ausführlich erklären. Das können sich die Leute in der alten Folge nochmal anhören. Ja, die von vor drei Wochen. Die fehlende Plausibilität der Umgebung. Ja, da bin ich ja auch grundsätzlich bei dir. Das ist jetzt nichts, wo jetzt Strange New Worlds so sonderlich drunter krankt. Aber ich erinnere mich nur an den Zauberstab bei Picard. Was ist das? Ein Gerät, das alles reparieren kann, was du... Du musst es nur denken. Okay, das war wirklich das Schlimmste. Das war wirklich das absolut Schlimmste. Und ja, die sind diese unendlichen Schächte. Ich meine, klar, es gab dann immer irgendwelche Hardcore-Fanboys, die sich das dann auch noch irgendwie schön geredet haben. Aber ja, nee, es ist einfach... Ja, es ist, ich glaube... Man wollte diesen coolen Turbolift-Schacht haben, weil er gut aussieht. Und fertig, genau. Ja, heutzutage hat man ja wirklich nicht mehr das, dass man sich hinsetzen könnte und einen Blueprint von dem Ganzen niederschreiben kann. So wie es diverse Blueprints von der D gibt in der Richtung. Das würde bei einer Discovery und Co. aktuell gar nicht funktionieren. Es wäre mal interessant zu wissen, ob die vielleicht im Hintergrund irgendwas haben und eine kleine Architektur sich da aufgebaut haben. Oder ob die wirklich nur das Schiff von außen designt haben und das war's dann. Also, das würde mich... Aber so viel Making-Off haben wir heutzutage ja auch nicht mehr. Das ist ja auch schade. Diese typischen Releases, die man hatte auf Blu-ray und DVD, wo die ganzen Making-Offs dabei waren, die gibt's ja nicht mehr. Oder gibt es für Discovery... Ich glaube, für Discovery gibt's die sogar. Ich weiß nur nicht, ob da irgendwelche Making-Offs noch mit drauf sind. Also, für Stranger Worlds, das gibt's ja auf Blu-ray, für unglaubliche 32,99 Euro. Schon ein stolzer Preis für die Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alle Episoden der ersten Staffel auf vier Disks. Und Bonusmaterial, Featured, Gag-Reel, entfallene Szenen, Audio-Kommentare. Liest sich jetzt nicht so, als hätte man sich da so sonderlich Mühe mit dem Ding gegeben. Aber Audio-Kommentare ist auch eine Seltenheit geworden. Das ist richtig. Aber wer weiß, wer das ist. Vielleicht ist es einfach nur von der KI eingesprochene Reviews oder so. Oder sie haben unseren Podcast drüber gelegt. Genau, es ist der offizielle Podcast. Das wäre herrlich, wenn sie auf Discovery als Audio-Kommentar unsere Discovery-Besprechung drüber legen würden. Klappt nicht eins zu eins. Das wäre schön. Weiter im Text. Grundlegend ist die Charaktere. Show don't tell has left the building. Das wird bei euch ja ganz oft angesprochen. Ja, ich denke, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das ist absolut so. Ich will es, also kann ich es. Als Spezialfall von Show don't tell. Der Einsatz und die Meriten von Charakteren werden erzählt, nicht gezeigt. Michael Burnham ist die Beste, weil ihr das auch immer und immer wieder gesagt wird. Und jetzt wird es etwas heiklen. Natürlich kann Tilly an Bord der Discovery-Marathons laufen. Ich kenne keinen Marathon-Läufer, Läuferin allerdings, der oder die mit Tillys Körperumfang an der Spitze des Zeittableaus steht. Aber anstatt daraus etwas zu machen, darf Tilly einfach die schnellste Lullerrent an Bord sein. Suspension of Disbelief. Myers. Starfleet ist eine Organisation inklusive Hierarchie. Scheinen die Writer auch nicht mehr ganz so zu mögen. Auch in der Zukunft wird man eine Hierarchie benötigen, um in der Krise handlungsfähig zu bleiben. Schere, Stein, Papier zu spielen. Wer in die Jefferies-Röhre kriecht, um die Plasma-Leitung zu reparieren, ist nicht immer möglich und der Situation unangemessen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe ja gesagt, oder da waren wir uns ja einig, dass die Enterprise unter Pikes zumindest so den Hauch von Professionalität hat. Ich muss allerdings sagen, in der zweiten Staffel ist das an einigen Stellen auch wieder ganz schön über Bord gekippt worden. Also, was da sich so Ortegas und so erlauben, an Keckensprüchen auf der Brücke, auch die neue Chefingenieurin, also, ja, hat mit einer militärischen Organisation, was Starfleet am Ende ist, ehrlich gesagt, für mich an manchen Stellen auch nicht mehr so viel zu tun. Okay, ja, aber das wäre vielleicht ein Kommentar für später, aber ein Pike, der lässt ja seine Crew auch rennen, was das angeht. Der lässt denen die Freiheiten, die man dort sieht, was ja vor allem in der Folge mit dem Butcher von Chagall zu sehen ist. Emotionale Inkompetenz und Anfälle von Nihilismus. Chris Pines Kirk kümmern weder Schiff noch Crew. Michael Burnham weiß, dass sie die Beste ist. Captain Bike kocht eher, als dass er kommandiert. Ja, wie ich ehrlich bin, auch der Meinung. Diese beispielhaften Personen sollen kompetentes Spitzenpersonal sein? Ich finde das nicht. Jed Rino ist ein Bully. Wer soll sich denn mit denen identifizieren, wie und wodurch? Also, ich sage mal so, das sind jetzt natürlich alles auch so ein bisschen edgy Charakter zum Teil. Jed Rino ist halt einfach nur, weil es ist halt eine Comedian und dann ist die halt drin, um halt lustig zu sein. Und ich kenne ihr Stand-Up-Programm nicht von Tick Notaro, aber wahrscheinlich ist das so mehr oder weniger, wie Jed Rino halt ist. Ich schätze mal, sie spielt halt da ihr Stand-Up-Comedy-Programm. Weiß ich nicht. Genau, das ist sehr trocken. Genauso wie die Jed Rino ist. Okay, ja. Ja, wenn man es wahrscheinlich durchdenkt, dann hast du wahrscheinlich recht. Aber das kommt am Ende auf das runter, was ich ja sage, immer, dass so dieses alte Star-Trek-Mantra, dieses alte Star-Trek-Mantra, the way of the needs of the many outweighs the needs of the few, das ist ja schon lange im Klo runtergespült worden. Also von daher. Das 21. Jahrhundert hätte gerne seine Themen und seine Sprache wieder. Im 23. Jahrhundert werden ausnahmslos die Themen verhandelt, die heiße Eisen im 21. Jahrhundert waren. Allegorien und Bilder sind dabei zu komplex. Das muss bitte direkt aufs Auge gedrückt werden. Ja, es ist schon ein bisschen, also das ist richtig, also mit Analogien und Allegorien und so weiter arbeitet man eigentlich nicht mehr. Also es ist halt in your face, das stimmt schon. Ist ein anderes Publikum heutzutage. Nee, ist es halt eben nicht. Es kommt ja kein neues dazu. Es gucken ja die alten Säcke wie immer. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ich würde mir wünschen, dass Leute, dass in großem Maße neue Leute dazukommen. Anekdotisch werden immer neue Leute dazukommen, aber ich würde mir wünschen, dass es wieder ein Massenphänomen wird. Dass auch von mir aus ein Anson Mount in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch auf ein T-Shirt geklebt wird. Aber in 30 Jahren wird man immer noch Kirk und Spock auf Tassen und T-Shirts kleben. Aber halt nicht Pike und schon gar nicht Michael Burnham. Bei Star Trek und bei Star Wars wird man halt auch nicht Kylo Ren oder irgendwelche First Honor Trooper auf irgendwelche T-Shirts bappen in 20, 30 Jahren. Es werden halt immer noch die klassischen Stormtrooper sein. Wir sind ja zur Zeit in einem Writer's Strike. Und der Writer's Strike vom letzten Mal, wo die erschienen, wo die Happening, heute habe ich es mit meinen Worten. Der letzten Mal, wo es die Writer's Strikes gab, hatte das deutliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Hollywood vorgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns vielleicht so eine kleine Renaissance von gewissen Sachen bevorsteht, wenn die mit ihren Themen da durchkommen. Und man muss ehrlich sein, wir sind jetzt in der dritten Ära von Star Trek. Also erst natürlich Toss, dann hatte man die ganze 90er-Zeit und jetzt haben wir nochmal einen New Track, die dritte Ära. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann dann nochmal eine vierte gibt und vielleicht ist man dann an einem Punkt angelangt, wo man sich wieder auf alte Tugenden besinnen kann. Meinst du, die Storys sind so schlecht, weil die einfach ausgesagt haben, boah, ich werde hier eh Kacke bezahlt, dann liefere ich halt nur Kacke ab? Nee, aber wir haben ja oft drüber gesprochen, welche Autoren dahinter sind oder was für Autoren dann deutlich Besseres heutzutage zu Werke bringen. Immer wieder Better Call Saul und Breaking Bad und so angeschrieben, Vince Gilligan und Co. Man sieht ja, wie einiges geschrieben werden kann, wie Expanse, For All Mankind, also die guten Sci-Fi-Autoren sind durchaus da, aber sie sind nicht bei Star Trek. Das ist richtig, sie sind nicht bei Star Trek. Kommen wir zum Schluss von seiner Mail, es wäre schön, dass ihr in eurem Podcast wieder sagen könntet, das war eine intelligente Lösung für diesen Storypunkt, das war kreativ, aber die Serien geben das aktuell nicht so her. Ja, just my two cents, Michael. Also, vielen Dank, Michael, für deine lange ausführliche Mail. Wir hoffen, wir haben dir in einigen Punkten dann doch gut antworten können und wir hüpfen mal weiter zu einem treuen Hörer, den du, Michael, gar nicht kennst oder nicht so kennst, denn der gute El Mercy ist normalerweise eigentlich ein treuer Begleiter unserer The Walking Dead Podcast Reihe, die ich ja inzwischen mit dem Andreas mache, wo es auch bald wieder weitergeht. Hallo Chris, hallo Michael. Ich melde mich ganz gegen meine Gewohnheit zu Star Trek, weil es im Podcast nicht nur um Strange New Worlds ging, sondern auch darum, was eine gute Star Trek Serie ausmacht und wie die heutzutage aussehen könnte. Ich fand eure Überlegungen sehr interessant und habe selber mal darüber nachgedacht, ob es wohl irgendein modernes Franchise gibt, das ich kenne und das meine Mutter auch kennt. Und mir ist nur eins eingefallen, Harry Potter. Ich bin selber kein ausgesprochener Fan von Star Trek, aber ich habe alle Serien zumindest reingeschnuppert. Strange New Worlds habe ich nach der ersten Folge abgebrochen, weil ich die unsäglich schlecht fand. Andererseits habe ich kürzlich Orville, nachdem ich aus Neugier die erste Folge angeschaut habe, gleich ganz gebinget. Daher könnte ich mir auch schon vorstellen, dass man neue Zuschauer für eine Star Trek Serie gewinnen könnte. Dafür müsste man aber was riskieren. To boldly go when no Sci-Fi Series has gone before oder sowas. Die erste Folge von Strange New Worlds wirkte dagegen wie Fuhrer-Fanservice auf mich. Ich kann sie Witzeleien rund um die vulkanischen Spitzohren zwar verstehen, weil ich es Star Trek ganz gut kenne, aber ich finde sie trotzdem irgendwie langweilig. Ebenso die ausgelutschte Story um die Prime Directive. Neue Zuschauer zieht man da wohl nicht mit ans Land. Bis zum nächsten Mal, spätestens bei The Walking Dead. L. Mercy. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich sage. Wobei ich an der Stelle durchaus sagen kann, Herr Mercy, falls du zuhörst, immer noch zuhörst. Also Strange New Worlds ist von allem schon noch das Kurzweiligste. Also das kann man wirklich gut gucken. Na. Das muss man glaube ich an der Stelle einfach ganz so sagen. Ja, und auch hier, wir hatten die letzten Mal ja auch schon darüber gesprochen. Bei Strange New Worlds, wie du gerade gesagt hast, das kann man gut gucken und wir meckern auf deutlich höherem Niveau, als wir bei Picard und Co. gemeckert haben, was das angeht. Ich gucke diese Serie, ich betone es weiterhin sehr, sehr gerne und ich finde besonders die zweite Staffel gerade richtig stark, was das angeht. Auch wenn die vielleicht Chris nicht immer ganz reinzieht. Aber das ist durchaus eine Trek-Serie, wie ich sie mir in Realfilmen, in Live-Action gewünscht habe. Es ist jetzt nicht der größte Anspruch und darüber haben wir auch immer wieder geredet, was das angeht. Durchaus könnte man viel, 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 viel Besseres abliefern. Aber für das Niveau, was uns New Trek seit 2017 gegeben hat, kann man mit Strange New Worlds meiner Meinung nach schon sehr zufrieden sein. Absolut. Dahingehend noch zum Abschluss die Mail vom Oliver, vom Oli. Hey Chris, hier Michael, ich höre heute Abend mal wieder gemütlich ein paar Random-Folgen Nerdizismus mit Bier zur Hand und behaglichen Nieselregeln auf dem Dachzimmerfenster schräg über mir. Ich kann mir das gerade sehr liebhaft vorstellen. Ja, doch, das klingt, das klingt sehr gemütlich. In einigen Folgen erzählt Chris, viele Hörer sind der Meinung, er würde zu viel meckern. Bitte bleibt so. Ich kann nur auf meine Apple-Podcast-Rezension verweisen, doch ein Wohlfühl-Podcast. Allerdings, und ich habe gerade mal drauf geachtet, wenn Michael weiterhin so oft, was das angeht, sagt, manchmal zwei bis dreimal in einer Minute, kriege ich die Krise. Andererseits zeichnet gerade sowas einen nicht echten Nerd aus, oder? Übrigens gibt es endlich Nerdizismus-Tassen, hatten wir gerade eben schon gesprochen. So, ich höre jetzt euch weiter. Zum Abendschluss gibt es noch eine Folge, die Schokofrösche, wie immer. Die hört das Forever Nerd Girl ja auch gerne, grins. Macht es so weiter, lasst euch nicht verbiegen, liebe Grüße, Olli. Man haut dir aber deine sprachlichen Stilmittel doch ganz schön um die Ohren. Erst war es zu Mindestens. Mhm. Und jetzt ist es, was das angeht. Und während du gesprochen hast und ich die Mail schon vorgelesen habe, muss ich dir leider sagen, das hast du wirklich dreimal gesagt. Das Schlimme ist, was habe ich dreimal gesagt? Was das angeht. Was, habe ich das heute schon gesagt? Ja, gerade vorher, zweimal. Habe ich das in der Tat gesagt? Ja. Oh Mann. Mir ist das auch überhaupt nicht aufgefallen, genauso wie mir dann zumindestens überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich sage ja, ihr könnt ja auch bei mir Dinge sagen. Gut, mein Anglizismus wird mir immer vorgeworfen. Ähm, aber das ist, deal with it. Haha. Ähm. Also, mir ist es noch nie aufgefallen. Mir ist auch der, der sprachliche Lapsus mir zumindestens nie aufgefallen, weil da bin ich einfach kein Grammar-Nazi, weißt du? Ja, ich meine, ich versuche schon, mich dann manchmal so ein bisschen zu verbiegen, was das angeht und nicht meine, ja, regelmäßigen Wörter rauszuhauen und dann hakelt es dann durchaus manchmal etwas, wenn ich durchaus sage und zumindest sage und was das angeht. Ich versuche es zu vermeiden, aber wie viele vielleicht von sich selber wissen, ist es so, ist so etwas schwer rauszubekommen. Gerade auch, wenn man drüber nachdenkt, wie man beispielsweise oft gerne äh sagt. Ich meine, wir haben uns das äh schon gut genug abgewöhnt. Allerdings, ja. von ihm kommt, äh, ja, okay. So ist es. Es ist schwer rauszukriegen, genauso wie im Englischen gerne Leute like this und like that und like those drin sitzen haben. Ich versuche mich zu bessern, es ist aber ein Prozess, muss ich sagen. Ja, also was das angeht, muss ich sagen, ist mir das ehrlich gesagt jetzt nicht so großartig aufgefallen. Mir ist es glaube ich im Grunde genommen, ich glaube in irgendeiner Folge, ist schon ewig her, da hat jemand mal gesagt, ich würde so oft im Grunde genommen sagen. Ich glaube sowas war irgendwie, ja, gut. Wir werden mal gucken, darauf achten, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr sprachliche Abwechslung in das Ganze reinbringen. Aber was das angeht, würde ich mir ehrlich gesagt jetzt keine allzu großen Hoffnungen machen. Ja, ich glaube, ein Punkt bei mir ist es, wenn diese Wiederholungen rauskommen, dann bin ich in dem Moment am überlegen, was ich sagen möchte. Dann habe ich vielleicht noch nicht komplett den Plan da, wie dieser Satz endet, den ich gerade angefangen habe. Und deshalb haue ich die Füllwörter rein. Das ist nicht nur eine Vermutung, das ist so. Dann sind die Sätze zu lang. Ich habe ja mal gesagt, dass wir vielleicht doch mal uns so ein Sprechertraining leisten sollten, weil meine Sätze sind auch manchmal viel zu lang. Und dann denke ich mir, vielleicht machen wir das mal. Das können wir uns aber natürlich nur leisten, wenn ihr ganz fleißig Nerdizismus-Taschen und Nerdizismus-T-Shirt kauft. Denn sonst ist das viel, viel, viel zu teuer. Und neben den Serverkosten und der Villa in St. Tropez und der Yacht und ganz ehrlich. Und zwei Kindern. Und zwei Kindern, ja. Und das, was ja viel mehr kostet als meine Villa in St. Tropez. Also, da müsst ihr ja wirklich jetzt, da muss mindestens jeder Hörig jetzt hier drei Tassen kaufen. Und natürlich müsst ihr zur Live-Show am 20.10. kommen, zu Nerdizismus-Live. So, ich würde mal sagen. Ich sag mal, wir hauen es wirklich raus unter nerdizismus.de slash shop. Da werdet ihr demnächst einfach unseren Shop drin finden. Fantastisch. Und wenn ihr natürlich überall uns folgt, dann kriegt ihr das auch mit. Und wir haben genau die halbe Stunde Marke geknackt, wenn wir dann in der Tat auch mal anfangen über die Folgen 6, 7 und 8 reden. Wir beginnen mit Lost in Translation mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Was übrigens ein Film ist, der ziemlich, also so ein Jim Jarmusch-Humor muss man mögen. Magst du den? So Broken Flowers und sowas? Ja, man muss in der Stimmung dafür sein, sag ich mal so. Lost in Translation ist ein Film, den habe ich damals wirklich ein einziges Mal gesehen und danach nie wieder. Ich fand ihn gut. Und ich glaube, er ist als guter Kopf in meinem, als guter Kopf in meinem Film geblieben, als guter Film in meinem Kopf geblieben, was das angeht. Aber immer wieder, wenn ich dann alte Screenshots und Ausschnitte davon sehe, muss ich sagen, der hat auch so langsam sein Alter erreicht. Es war übrigens Sofia Coppola, die Regie geführt hat, nicht Jim Jarmusch. Jim Jarmusch war bei Broken Flowers. Also, da hatte Bill Murray noch dunkle Haare. Ja, das ist so ein Film, Lost in Translation, den ich beim ersten Mal, genauso wie Broken Flowers, die sind für mich so die gleiche Art von stiller, eine Komödie ist es ja nicht irgendwie, einfach so. Nein, ein bisschen Sadcom in der Richtung. Ja, genau, richtig. Und die strahlen für mich so diese gleichen Vibes irgendwie aus. Und obwohl ich beide Filme jetzt nicht so mega dolle finde, gucke ich sie alle paar Jahre trotzdem eigentlich ganz gerne. Auch so einen eigentlich total langweiligen wie Broken Flowers. Ja, ich glaube, Broken Flowers, den habe ich auch ein einziges Mal gesehen. Ich könnte mir eher vorstellen, Lost in Translation nochmal zu gucken. Aber das sind diese, diese sehr melancholischen Filme, diese leer, sehr, ich glaube, in depressiven Phasen sollte man die nicht gucken, weil die können einen durchaus noch runterziehen. Da müsste ich eigentlich wahrscheinlich noch die Tiefseetaucher von Wes Anderson mit Bill Murray auch noch gucken. Dann habe ich wahrscheinlich so diese, diese komische Tragik-Komödien irgendwie komplett. Naja, wir wollen aber natürlich über Uhuras-Probleme reden. Und ich habe ja gesagt, mein Zettel ist gar nicht so lang. Diese Folge hat mich massiv erinnert an Augen in der Dunkelheit. Kennst du diese TNG-Enfisode noch? Augen in der Dunkelheit. Ja, vielleicht nicht, aber sag mir gerne nochmal, worum es da ging. Wo Troy, wo die ganze Crew nicht schlafen kann, also nicht träumen kann. Oder kann die Crew nicht schlafen oder kann die Crew nicht träumen? Ich weiß nicht mehr genau. Und dann fangen sie alle an zu halluzinieren. Und am Ende waren es dann so telepathische Wesen, die versuchten Kontakt aufzunehmen. Und nur Troy kann die in ihren Träumen das dann sehen. Und dann schwebt sie da durch so Nebel und sieht dann so zwei Scheinwerfer-Augen in der Ferne. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Ja, doch. Doch, irgendwie so fern. Das ist nicht die Folge, an die ich mich am meisten erinnern kann. Wenn du da so drüber redest, ich habe diese eine Folge von SG1. Ich erwähne ja immer wieder SG1, weil ich die durchaus öfters gesehen habe als alles andere. Da gibt es ja auch eine Folge, wo die in Nicht-Träumen nicht einschlafen dürfen, was das angeht. Da sind die auch auf so einem Planeten, der eher wie so ein Friedhof aussieht, was das angeht. Und dann gleichzeitig haben wir ja doch diverse Episoden bei SG1 auch, wo natürlich Aliens versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und dementsprechend die Leute denken, sie würden schräge Visionen haben. Also auch hier, wie in den letzten Folgen, nicht wirklich was Innovatives. Ja, es hat sich wieder so ein bisschen angefühlt, als müsste man halt Kirk wieder unbedingt irgendwie so reinkrampfen in diese Folge. Weil man sich so dieser Zeile aus Tos bewusst war, dass Pike halt mal ein Fleet-Captain war. Und ja, und dann macht man das jetzt halt irgendwie dann da so rein, dass der Kirk den dann schon mal getroffen hat. Aber eigentlich war das ja gar nicht so egal. Ich fand die Folge aber trotzdem nicht schlecht. Ich fand es halt schade, dass man Hammer halt nur als Zombie wiederbringt. Also ich hätte ihn halt gar nicht erst gekillt. Nichts gegen die neue, schrullige, alte Maschinenraum. Aber der Hammer war einfach, ich mochte den. Ja. War ein schöner Charakter, aber hatte man wohl andere Pläne. Ich finde die Pelia, finde ich super. Ich mag sie. Ist aber auch hier wieder nicht wirklich ein Alien, was als Alien auftritt. Ja, ist halt eine Geinen. Also optisch. Es ist halt eine Geinen. Ja, also. Ja, es ist eine Geinen, genau. Ja, also das ewig lebende Wesen, das mit altkluger Allwissenheit halt immer wieder dem ein oder anderen struggelnden Crewmitglied mit klugen Ratschlägen dann auf die Beine hilft. So, das ist ihre Rolle. Hätte man halt auch einfach mit dem Banger machen können zum Beispiel. Hätte man mit Una machen können. Hätte man jetzt keinen neuen Charakter dafür gebraucht. Und so ein Grumpy im Maschinenraum fand ich eigentlich immer ganz, ganz nett. Vor allem, weil er halt auch noch diese Behinderung hatte, diese Sehbehinderung, was ihn halt auch nochmal irgendwie so besonders gemacht hat. Ich fand das einfach cool. Das stimmt. Und wenn man jetzt ihm noch einen Klingonenkrieg gezeigt hätte, das würde ja noch mehr passen. Ja, eben. Genau. Also da hätte ich wirklich, also mehr Hammer Time, aber leider nicht. Wie fandst du denn Paul Wesleys Kirk in der realen Kirk-Timeline? Ja, es ist ja für mich immer noch kein Kirk. Also nicht mal ein Jota, ja, nichts null. Also der hat für mich überhaupt nichts von Kirk. Weder ist der vom Make-up, von der Frisur her irgendwie auf Kirk gemacht, noch versucht er das irgendwie zu channeln oder so. Weißt du, bei Chris Pine, da habe ich durchaus einen jungen Shatner drin sehen können, wie ich den Cast von den J.J. Abrams Filmen grundsätzlich richtig gut finde. Also Karl Urban als McCoy und Anthony Quinto, nee, Anthony Quinto, ne? Also, genau, ja. Als Anthony Quinto? Nicht Anthony Quinto, nicht Anthony Quinto, sondern Zachary Quinto. Scylla. Genau. Als Spock. Haben mir super gefallen. Die, so ist halt, Dana als Uhura ging so, aber um die geht's ja am Rande, ehrlich. Und ich sag mal so, hier, wie heißt der, der Engländer? Der Scotty. Ach so, ja, äh, Shaun of the Dead. Ja, Shaun of the Dead, genau. Weißt du, wie ich mein? Ähm, äh, der war natürlich überhaupt nicht halb gecastet. Trotzdem war es eine likable, also war es einfach eine nette Interpretation von Scotty. Simon Peck. Simon Peck, danke schön. Ja, hat natürlich optisch überhaupt nichts mit Scotty, mit James Doohan am Hut gehabt. Also, da gab's auch 0,0 Wiedererkennungswert, außer dass er sich halt so einen Pseudoshotten-Akzent gegeben hat. Aber das war's dann auch schon. Aber die anderen drei fand ich halt wirklich gut. Und von daher muss ich sagen, da erkenne ich hier in diesem Kirk nicht mal ansatzweise irgendwas davon. Auch nicht, wo der mal hin will und hin soll und so. Also, nee, null. Und da bleibe ich bei meiner Meinung aus den letzten Episoden, hätten ihr den einfach hier Lieutenant Müller genannt. Es würde einfach nichts ändern. Es würde nichts ändern. Und man könnte ja trotzdem den Bruder Kirk an Bord haben. Also, dass die dann einmal an der Bar sitzen und über ihren Vater sich beschweren, weil das in amerikanischen Serien halt grundsätzlich einmal der Fall sein muss. Dass es diesen Vater-Sohn-Konflikt gibt. Okay, so be it. Ja, aber es war halt dann auch einfach nur ein Satz und mehr war's halt am Ende auch nicht. Ich fand schon, dass er den Shatner ein wenig gechannelt hat. Natürlich nicht in der Natürlichkeit, wie so ein Chris Pine das hinbekommen hat. Aber es könnte auch so eins zu eins eine DNA-Kopension von Shatner sein, ungefähr, was das angeht. Also, das Casting, wie du schon gesagt hast, war spot on, was das anging. Ja, vom Optischen her ist er deutlich weiter von einem James T. Kirk entfernt, von einem jungen James T. Kirk entfernt als alle anderen bisher. Aber meiner Meinung nach hat er in der Verhaltensweise und in den Ticks, die er in dieser Episode gezeigt hat, schon den jungen Kirk deutlich mehr gechannelt als in den Episoden davor. Aber er ist ja jetzt auch der James T. Kirk, den man quasi kennt aus der Original-Timeline. Vielleicht noch nicht ganz so erfahren, wie wir es in der TOS-Serie haben. Nicht ganz so, ähm, ja, jovial, wie nennt man's auf Deutsch? Ich komm jetzt grad nicht drauf. Aber dieses, dieser Charme, der da drin ist, den muss er noch ein wenig mehr lernen, als der Kirk es in, ich glaub, zehn Jahren oder sieben Jahren dann drauf hat. Aber von der Mimik und von der Verhaltensweise hab ich mal drauf geachtet, fand ich es schon sehr authentisch. Okay, hast du mal ein Beispiel? Mir fällt da wirklich gerade keins ein. Jetzt nagele ich dich fest. Genau, gerade dieses Gesichtshochziehen und den verkrampften Kiefer, wie er da macht, oder auch die Haltung, die er drauf hat, finde ich, hat man den Shatner gemerkt, auch wenn es nicht Shatner direkt war. Auch die Sprache, auch die Sprache, diese mehr abgehackte Sprache, die er mit reingebracht hat. Okay, da muss ich mal auf seine Sprechweise achten, das hab ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht getan. Ja, Punkt. Also ich, nochmal, der macht das ja, ich mag ja den, ganz ehrlich, würde der nicht Kirk heißen, fände ich den wahrscheinlich sogar mit den besten Charakter, der da rumhüpft. Weil ich den Schauspieler sehr sympathisch finde und ich finde, der macht das auch, ja, er macht das einfach sehr, sehr sympathisch. Da steht einfach für mich nur nicht Kirk auf dem Etikett drauf, also halt nicht mal ansatzweise. Und dadurch, dass ich halt, dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, inwieweit kann ich halt wie im Theater was frei interpretieren, wo ich halt dann, was weiß ich, AIDA in die Nazi-Zeit lege oder mal ins Mittelalter oder mal in die Zukunft lege, weil ich, weil niemand sozusagen von den Protagonisten, die da in der Oper auftreten, irgendwie so ein festgefügtes Bild hat. Also immer beim Film halt irgendwie anders. Also entweder ich mach's halt James-Bond-mäßig und jeder ist halt grundlegend anders. Dann hab ich halt so den Comedy-Bond und den ernsten Bond und den roughen Bond und keine Ahnung was. Dann mach ich's irgendwie so. Aber wenn ich hier halt weiterhin alles aus einem Guss haben will und sozusagen auch so tun möchte von den Machern her, als gehört das alles groß zusammen, dann finde ich, sollte man sich halt an der Stelle einfach schon so ein bisschen mehr Mühe geben. Und nochmal, es ist halt einfach keine Not da gewesen, den Kirk-Charakter reinzubringen. Man hätte wirklich mit seinem Bruder arbeiten können. Das ist am Ende des Tages ein unbeschriebenes Blatt im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem hätte man alles machen können. Und dann hätte ich ehrlich gesagt sogar lieber gemocht, wenn er mal über Videotelefonie mit einem CGI-Shatner gesprochen hätte. Ganz ehrlich. Ich kann's verstehen, warum sie ihn reinbringen und ich glaub, ich kann so langsam auch den Twist sehen, den sie da haben, dass sie wirklich jedes Crew-Mitglied mindestens eine Episode mit Kirk zusammenschmeißen. Also wir hatten jetzt Pike, wir hatten La'an, jetzt hatten wir Uhura, das erste Treffen. Wir werden definitiv noch irgendeine Spock-Folge mit ihm bekommen. Ja, auf jeden. Kann ich mir gut vorstellen. Sie singen wahrscheinlich das Projekt in der nächsten Folge. Sie werden wahrscheinlich die Arie der Folge singen oder so. Aber kommt der dieser Staffel nochmal vor? Das ist die große Frage. Das weiß ich nicht. Also wir werden ja diese Musical-Episode bekommen. Ich weiß nur nicht, ob wir noch einen Kirk zu sehen bekommen. Und dann kann man sich ja noch die Frage stellen, wie viel sie das versuchen, in den Canon reinzubiegen. Man hat ja diesen Flotten-Captain. Diese Erwähnung des Flotten-Captains hat man ja in der Folge drin, die Pike als Ehrentitel bekommen hat. Also das einzige Treffen, was er laut Original-Serie mit Kirk direkt hatte. Aber da kann man natürlich drumherum schreiben, dass er dann in den Folgen den Kirk einfach nicht trifft. Ja, irgendwie sowas. Ich meine, immerhin haben sie sich mal daran erinnert, dass das ist ja schon mal was. Also von daher, diese Folge war eine Standard-Sci-Fi-Folge, wie man sie in vielen Serien schon gesehen hat. Wie man sie in Star Trek schon gesehen hat, die sich leider in der Stelle auch einfach nahtlos in das Mittelmaß einreiht, das ich bisher von dieser Staffel so erlebt habe, wo einfach die Innovation fehlt, wo es einfach nur die x-te Variante von irgendwas ist. Ganz anders verhält es sich natürlich dann mit der Folge 7, dem lang erwarteten Crossover Those Old Scientists, beziehungsweise auf Deutsch tierisch olle Sternreisende. Okay. Ja, und ich bin ehrlich gesagt nicht draufgekommen auf die Abkürzung, bevor es mir nicht gesagt wurde in der Folge. Okay, ja, gut. Okay, es ist so hidden in the obvious, weißt du? Ja, 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 ja. Soweit ich gelesen habe, haben sie ja sogar den Spruch in Lower Decks an irgendeiner Stelle schon mal gebracht. Aber Lower Decks hatte ich bisher auch nur einmal gesehen. Und das ist in der Tat eine Serie, die ich gerne nochmal sehen werde und sehen möchte. Aber ja, für mich Highlight-Folge. Ich meine, Crossover-Folgen in vielen Serien, wenn es Franchises sind, sind meistens gut gemacht. Also, ich kann mich an vor allem auch wieder jetzt ein Stargate-Crossover erinnern, was ich toll fand. Wir haben das DS9-Crossover, wo die in die alten Szenen reingesetzt wurden. Es sind, wir hatten diverse, zumindest Gastauftritte von verschiedenen Serien in einer Staffel, was das angeht. Aber dieses Mega-Crossover wie hier hatten wir eigentlich in der Form noch nicht, oder? Also, bei Star Trek gab es natürlich immer mal so kleinere, es gab ja mal die Enterprise, die man bei Deep Space Nine angedockt hat oder die Voyager, die von Deep Space Nine losgeflogen ist und so ein Kram. Aber in dieser Art und Weise wäre mir das jetzt ehrlich gesagt völlig neu. Außer, wie gesagt, immer nur so kleine Sachen, halt das Ende von Enterprise und so ein Kram. Aber das in der Form und auch in dieser Konsequenz und es hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht. Es war wirklich auch die real, waren das dann die Stimmen von Bäumler & Co.? Okay, das ist ja, das heißt, die haben also praktisch auch die Figuren den Sprechern ein bisschen angeglichen oder ist das Zufall? Nein, nein, dann haben die schon so gemacht, so ein bisschen. Ja, das passiert häufig in Animationsserien, dass man so ein bisschen das Leignis, die Anmutung von den Sprechern dahinter auch wieder findet in dem Ganzen. Und ja, wir haben hier Tony Newsom und Jack Quaid. Jack Quaid werden die meisten jetzt aus The Boys kennen, vor allem Ding, die dann auch ihre Rollen von Bäumler & Mariner in der Folge übernehmen. Und es passt einfach so schön. Und dadurch, dass die Serien, die beiden Serien ja auch tonal nicht so weit voneinander weg sind, also sie haben dieses Leichte und oft auch mal so Comedy-Elemente drin, hat sich das sehr gut verheiratet. Ja, absolut. Also ich hatte wirklich meinen Spaß mit der Folge und ich war durchaus skeptisch gewesen. Und dass man es dann auch so konsequent geht mit dem Intro und dann sogar in der Intro dieses komische Weltraummonster an der Warp-Gondel dran. Also großartig, großartig. Ja, wir könnten gerne öfters mit dem Intro spielen. Das ist ja so eine Sache, die Star Trek auch nie gemacht hat, außer vielleicht kleine Abwandlungen in Intros. Die einzige Serie, die wirklich krasser da hingegangen ist, war sogar Enterprise, die dann in den verschiedenen Staffeln deutlich andere Szenen nochmal drin hatten und auch nochmal einen anderen Track, was das anging. Aber diese Spielerei hatten wir bisher noch nicht, oder? Ich glaube, bei DS9 hat man mal die Musik ein bisschen geändert. Das war's. Ja, ansonsten fährt mir jetzt auch ehrlich gesagt nichts großartig ein. Ja. Und das hält so eine Serie ja auch nochmal interessant, wenn man da mitspielt und weil man das als Element reinnimmt. Diese typische Simpsons-Couch-Gag brauchen wir in Star Trek. Ja, wollen sie jetzt auch nicht übertreiben. Aber mein Regie hat ja in der Folge Jonathan Frakes geführt, das fand ich ja schon mal sehr angenehm. Da weiß man eigentlich in der Regel immer, da kommt zumindest kein völliger Schrott raus. Ja. Also seine Disco-Folgen, ich kann mich jetzt nicht mehr spezifisch daran erinnern, welche es waren, aber wir hatten auch damals immer drüber gesprochen, wenn Frakes Regie geführt hat, waren jetzt auch nicht unbedingt die Highlights. Und ich glaube sogar bei PK hat er auch was übernommen. Und deshalb, ja, er ist ein verlässlicher Track-Regisseur und er hat das Thema ja auch nie verlassen, was das anging. Aber ja, die Folge hat er gut hinbekommen. Absolut, 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 das hat mir richtig gut gefallen. Und vor allem, was mir gefallen hat, dass auch Dinge adressiert wurden, über die vor allem ich mich in den letzten zwei Podcast-Folgen ja durchaus beschwert habe. Nämlich zum Beispiel, dass Spock halt so unspockig ist. Und das fand ich auf so einer Meta-Ebene schön, dass der Bäumler halt gesagt hat so, hm, also der Spock, den ich kenne, der ist irgendwie komplett anders. Und wahrscheinlich haben ganz, ganz viele Fans von dem Fernsehen gesagt so, ja, genau. Aber, weißt du, was ich daran so toll finde, dass man sich dessen bewusst ist und das gibt mir jetzt die Ruhe und die Sorgenfreiheit, dass sie da wahrscheinlich noch einen Plan haben und wissen, warum sie, wie sie am Ende beim Spock rauskommen, den wir kennen. Na, also das, was diese Folge auf jeden Fall hatte, was die meisten Crossover-Episoden in solchen Serien hat, dass es am Ende zurück zum Status Quo geht. Also es ist ein netter kleiner Einschub, man hat ein paar nette Inside-Gags, was das angeht, aber letztendlich hilft die Folge nur ein bisschen, den Status Quo zu festigen. Also welche Probleme die Charaktere, mit welchen Problemen die Charakteren im Aktuellen zu kämpfen haben, denen wird nochmal ein bisschen der Spiegel vorgehalten, was das angeht und sie verstehen es noch ein bisschen mehr. Hey, Spock ist gerade nicht spockig, Chappell ist unglücklich verliebt, Pike muss mit seiner Zukunft kämpfen, Number One hat immer noch die Probleme, dass sie sich nicht aufgenommen fühlt in der Föderation. Also alle haben immer wieder nochmal ihre aktuellen Problematiken erkannt, um damit in den nächsten Fortschritt zu gehen. Ja, wobei ich da schon sagen muss, wir haben ja nur noch zwei Folgen, eine davon ist die Musical-Folge und dann kommt eine Folge, die heißt Hegemonie. Ja, der Teaser der ersten Folge mit den Gorn ist mal dezent komplett über Bord gefallen, also von denen wurde jetzt nie wieder, die wurden nicht mehr mehr erwähnt oder einmal glaube ich nochmal kurz erwähnt und das war's. Bei 15, 16, 17 Folgen würde ich mir halt da keine Sorgen machen, es scheint mir irgendwie so, als hätte man da so einen Gorn-Plan gehabt, aber dann unterwegs sich gedacht, ah nee, das ist jetzt blöd. Und das ist okay, das kannst du so machen, hätte man diesen Gorn-Teaser einfach nicht reingeworfen, wäre es für mich okay, dann habe ich halt nur Einzelepisoden, was okay ist, das haben wir uns ja auch immer ein bisschen gewünscht. Aber dann ist es für mich ein bisschen inkonsequent, also entweder oder, oder zumindest diese Gorn-Thematik einfach mal öfter aufgreifen, zumindest mal so im Hintergrund lassen. Und dann kann ich auch mit so einer Comedy-Folge wie der sehr gut leben, ich fand sogar, dass sie sich sehr, also auf ihre Art und Weise hat es den Strange New World nicht, wie soll ich sagen, oder andersrum, der Lower Decks Humor hat sich gut damit als kompatibel erwiesen. Man hat die Strange New World-Character trotzdem ernst genommen, ohne sie zu veräppeln. Und, dass der Bäumler dann so ein Fanboy ist und da so rumläuft, das wäre wahrscheinlich sogar wirklich so. Das haben wir ja in einigen Star Trek-Serien und Folgen schon gehabt. Erinnere dich an die Scotty-Folge. Richtig, stimmt, genau, wo Geordi war, da so ein Fanboy, stimmt. Ja, 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 und ich meine, es wird immer mal wieder erwähnt in Nebensätzen von, also, ohne dass sie selber auftreten, ist, glaube ich, Archer fast mittlerweile in jeder Serie einmal erwähnt worden. Und eigentlich müsste Scott Beckhula nochmal einen Erdenauftritt in irgendeiner der Serien da bekommen. Das war sehr schön, wo sie dann über die NX-One gesprochen haben und diese sogar inkludiert haben in den Plot, was das, was das anging. Ja, aber ich sehe, ich weiß, was du meinst und dadurch, dass wir einfach inzwischen den Serien so große Zeitsprünge haben, passt das ja auch gut. Die Crews und die Crew-Mitglieder werden einfach zu Legenden durch das, was sie in ihren eigenen, in ihrer eigenen Serie alles durchleben müssen. Ja, ganz genau. Von daher hat mir das wirklich alles sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich habe wirklich mit Freuden, wie gesagt, aufgenommen, dass man sich der Thematik rund um Spock wohl bewusst zu sein scheint. Da setze ich jetzt durchaus mal Hoffnung rein. Und was mir auch sehr gut gefallen ist, was mir auch sehr gut gefallen hat, dass so die naive Sternenflotte so ein bisschen an ihre Grenzen geführt wird, was so die Oriona und ihre Piraten bzw. Nicht-Piratentum angeht. Ja. Dem Fakt, dass es halt die Crossover-Episode sein wird und so wird sie dann auch genannt worden, also der Film mit den Wahlen, ja. Und das ist halt die Crossover-Episode. Hat sie jetzt halt sonst nichts dazu beigetragen. Sie ist halt einfach da. Ja, deshalb sage ich ja, sie hat den Status quo gefestigt. Alle haben nochmal den Spiegel vorgehalten bekommen und das war's. Und das genügt auch dabei. Man hat ein bisschen Spaß hier dabei. Man hat ein bisschen Selbstironie. Und das macht ja Lower Decks beispielsweise ja die ganze Zeit. Neben zwei Dingen wird über irgendwelche Star Trek-Klischees gelacht. Und hier sieht man mal, wie das dann funktioniert, wenn das in diese Realserien mit reinkommt und nicht in einem Dauerfeuer in der animierten Serie aufgezeigt wird. Ich glaube sogar, dass das eine Folge ist, die selbst Leute, die Lower Decks nicht kennen, gut gucken können, weil man einfach auch, ja. Ja, Bäumler und Mariner hätten auch einfach gut geschriebene Gaststars sein können. Exakt. Und, ja. Und deshalb, ich mochte das Ganze. Ich mochte das Intro. Ich mochte das Outro. Ich mochte, dass sie dann wirklich den Weg gegangen sind und mit dem orionischen Getränk am Ende auch nochmal die Original-Crew animiert haben und gezeigt haben, was da passiert. Also, das ist, ich hab sie mir zweimal angeschaut. Ich hab sie mir einmal alleine angeschaut. Ich hab sie einmal mit meiner Frau angeschaut, weil sie Lower Decks guckt. Und dementsprechend kann man sogar als Lower Decks Gucker und nicht Strange New Worlds Zuschauer die Folge sehr schön schauen, weil man einfach dabei lachen muss. Also man, je nachdem welcher Serienfan man ist, ist es nicht nötig, komplett die Tiefen der anderen Serie kennen zu müssen. Ja, ich glaube auch. Wenn du so sagst, so, zeig mir mal eine Episode Strange New Worlds, dann nimmst du die, weil die ist lustig. Ja, 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 genau. Jo, ja, und das war's eigentlich auch schon, was man dazu sagen konnte. Man könnte auf die einzelnen Easter Eggs natürlich alle nochmal drauf eingehen. Aber ich fand, es ist eine schöne mittlere Episode gewesen, die im letzten Drittel vorkommt. Es ist auch okay, dass sie die als siebte Episode reingesetzt haben. Dann hat sie nicht zu viel Bedeutung im Gesamtkontext und hat dann doch nochmal eine Side-Story im Gesamtkonstrukt der gesamten Staffel. Ja, ach, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt. Also als erste Folge wäre es jetzt vielleicht ein bisschen doof gewesen. Ich dachte ja, danach kommt die Musical-Folge und macht dann also die Folge 8 an und denkt mir so, na, wann fangen sie denn gleich mal an zu singen? Na, wann singen sie denn endlich mal? Wann singen sie denn endlich mal? Ja, und dann wurde die Folge immer düsterer und immer düsterer und immer düsterer und am Ende war dann vom Schlechter von Jagal die Rede oder auf Englisch Under the Cloak of War, also unter dem Nebel des Krieges. Und das war eine Folge, da muss ich sagen, endlich, 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 wir haben ja nur 18 Folgen gebraucht, um endlich mal wieder ein Dilemma bei Star Trek Strange New Worlds zu haben, über das man wirklich vortrefflich reden kann. Ich weiß gar nicht, warum die diese Musical-Episode auf Twitter so promotet haben letzte Woche, wenn dann doch jetzt die kamen, aber mir soll es recht sein, ich mochte diese Folge extremst fantastisch. Naja, sagen wir es mal so, für Strange, für New Trek fantastisch und auf so lieben DS9-Niveau. Absolut, ich habe mich komplett an dieser Episode, an DS9, an die Nock-Episode, Zeit des Widerstands erinnert gefühlt. Gut, plus Pale Moonlight, noch einen Schluck da drin, also da haben sie viel vermischt, was auch schon Thema in DS9 ganz stark gewesen ist. Diese posttraumatischen Erlebnisse sogar in Rückblenden verarbeitet, die halt so ein bisschen diese Zeit des Widerstands mit drin hat. Dann haben wir noch diese typische Folge, wo ein sehr von den Crewmitgliedern kritisch hinterfragter Charakter mit reinkommt. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber das hatten wir ja in DS9 ja auch eine Folge, wo ein Kriegsheld mit reinkommt, wo ganz am Ende klar wird, dass der einfach nicht so viel von dem gemacht hat, was er da propagiert. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber diese drei DS9-Episoden wurden komplett hier drin vermixt, wenn man es sagen möchte. Und dann habe ich sogar noch eine, also du hast bei allem recht, was du gesagt hast, die hatte ich gar nicht im Kopf. Ich habe nur an eine einzige Folge gedacht, nämlich der undurchschaubare Maritza. Kennst du die Folge noch? Wo ein, ich glaube die ist aus der ersten oder zweiten Staffel, ganz am Anfang, da wird ein Cardassianer auf DS9 gefangen genommen und soll ein Kriegsverbrecher sein und stellt sich dann raus, dass das gar nicht ist, sondern nur sozusagen sich hat hat verhaften lassen, um für die Sünden der Cardassianer zu büßen. Und Kira kriegt das aber raus, dass das der gar nicht ist und lässt ihn frei und dann wird er von einem bioranischen Attentäter dann aus Rache dann auf der Promenade dann erstochen. Der undurchschaubare Maritza. Stimmt, das ist die Folge, wo ich drüber nachgedacht habe. Komplett, das ist diese dritte Folge. Ich bin nicht drauf gekommen, aber jetzt erinnere ich mich, Kira war auch so dermaßen wütend auf ihn, weil er ja ein angeblicher Kriegsverbrecher war. Genau. Und dann hat sich am Ende gezeigt, dass sie gar keinen Grund hatte, weil er nur ein Stapler war, weil er nur gespielt hat. Genau, richtig. Ein ganz starkes Charakterstück, was eigentlich nur in der Brick spielt, mehr oder weniger. Ja, das ist für mich eben diese Dinge, wenn Star Trek so zu Hochform aufläuft. Das ist eine ganz tolle Folge, die finde ich wirklich super, weil es auch ganz toll gespielt ist. Und das hat mich hier ganz stark an das erinnert, im positiven Sinne. Und auch wenn man da jetzt sagt, das war alles schon mal hier, ja. Das ist halt einfach eine Folge, die lässt sich so zurück mit dem Grundgedanken, ja, wer hat jetzt recht? Also war der Klingone jetzt wirklich geläutert? Hat das nur gespielt? Hat der Mbenga irgendwie recht? Ich fand es auch schön, dass man dem Mbenga nochmal, du erinnerst dich an der Superserum aus der ersten Folge, das wurde ja auch so randommäßig reingeworfen. Jetzt hat es zumindest nochmal so eine Geschichte bekommen. Das fand ich gut. Ja, ich fand es interessant. Eigentlich hätten wir von Mbenga gar nicht diese ganze Tochtergeschichte haben müssen in der ersten Staffel. Das habe ich mir auch gedacht. Ich hätte schon fast nur mit diesem Thema anfangen können, weil dieses Zwiegespaltene, was er hat, wo man ihn jetzt auch wirklich als Charakter sieht, der Probleme hat. Und es wurde ja ganz klar angedeutet, dass er wohl jetzt am Ende für den Tod verantwortlich ist und dass er ihn erstochen hat, auch wenn man ein filmisch anderes Mittel gewählt hat. Ist es jetzt nicht unbedingt der sympathischste Zug an einem sonst sehr sympathischen Charakter und einem empathischen Charakter vor allem, den wir mit Mbenga bekommen haben? Und ich finde es schön, dass ich mich jetzt so wirklich an alle Namen von dieser Crew erinnern kann, dass wir ihn nicht bei Discovery haben, weil wir uns mit den einzelnen Charakteren beschäftigen. Auch wenn Chappell hier wieder nur ein Nebencharakter war und sie braucht einfach nochmal ihre eigene Folge ohne Spock, ohne dass sie sich an irgendeinen anderen Charakter dranhängen muss. Das war eine Mbenga-Episode und das finde ich super. Wir haben für jedes Crewmitglied, das wichtig ist, eine Episode und hier sogar eine mit sehr vielen Zwischentönen, die uns auch endlich mal wieder einen Klingonen in echter Form zurückgebracht hat. Und weil die Klingonen sind einfach oft extreme Hochstapler. Ja, Angeber halt, ne? So, ja, genau. Angeber, ja. Kann man schon so ein bisschen sehen. Bei dem ist ja jetzt die Frage, also man könnte jetzt hier sagen, macht jetzt Mbenga die Mörder Agnes und kommt damit jetzt auch durch? Natürlich wird er auf Notwehr plädieren, wird es jemals noch gelöst werden oder bleibt sozusagen die Milchglas-Scheibe jetzt der Fog of Murder und wir werden es nie erfahren, ob es Notwehr oder ein kaltblütiger Mord war. Also es wird so sein, was es aber durchaus gezeigt hat, was es sehr gut gezeigt hat, das Ganze, ist, wo wir am Anfang auch drüber geredet haben, wie Pike seine Crew führt, wie viel Freiraum er der Crew lässt und was das für Konsequenzen am Ende hat. Ja, der führt es natürlich ein bisschen sehr, wollen wir freundschaftlich sagen? Ja, kann man durchaus sagen. Entschuldigung, alle Hörer, ich, zu viel durchaus diese Episode, ich werde es versuchen durchaus zu reduzieren. Also vielleicht familiär, das ist glaube ich das richtige Wort. Familiär, familiär, genau, ja. Er möchte, er möchte eigentlich eine große Familie an Bord haben. Ja, sind sie ja im Prinzip auch, was das angeht. Das haben wir ja lange vermisst an unseren Star Trek-Series und dass es einfach eine große Familie ist, die auch gezeigt wird und nicht nur über die geredet wird. Das heißt, er ist eigentlich schon da, wo Picard am Ende von Staffel 7 erst ist. Mhm. Ich frage mich, ob das so bleiben wird oder ob das die ersten Anzeichen dafür sind, dass es doch Risse in diesem Gesamtkonstrukt geben wird. Okay, führ es mal näher aus. Worauf willst du hinaus? Ja, also irgendwann müssen wir einfach zu dem Punkt kommen, wo sein Unfall passieren wird, wo Kirk das Ganze übernimmt und vielleicht ist es ja auch, also ich habe die Folge nicht mehr im Kopf, nicht mehr genau im Kopf, wie er porträtiert wird, außer dass er halt in diesem Stuhl ist und so, in Toss, was das angeht. Wie positiv die Leute über ihn sprechen. Aber vielleicht geht es einfach auch dahin, dass Pike durchaus seine Schwächen hat und er klar ein sympathischer Käpt'n ist, mit sehr viel Charisma, der versucht eine Familie hier zu führen. Aber wo gezeigt wird, dass in vielleicht Extremsituationen, dass es nicht unbedingt der richtige Ansatz ist, um die Crew zu führen und dass es am Ende auch nicht die besten Gefühle sind, mit denen er seine Crew hinterlässt oder wo die Crew über ihn dran nachdenkt, dass da eine Konsequenz daraus passiert. Also ich möchte darauf hin, dass vielleicht diese Strange New Worlds die Crew in den nächsten Staffeln deutlich größere Konflikte auch innerhalb vorfinden wird und dass die Crew ein wenig zerreißen wird und sie unter Kirk wieder zusammenschweißt. Hm. Meinst du, wir werden bei Strange New Worlds sozusagen noch die klassische Toss-Crew da noch erleben? Ehrlich? Meinst du? Könnte, könnte sein. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht dran, dass es so sein wird. Ich glaube eher daran, dass sie machen werden. Wir werden unsere fünf Staffeln haben und wenn nach der fünften Staffel das dann irgendwann gecancelt wird, werden wir die letzten paar Episoden dann den Übergang bekommen von der Original-Crew bis hin zur Toss-Crew. Sollten sie jedoch mehr Staffeln bekommen, fände ich das gar nicht mal so einen uninteressanten Ansatz, weil das gibt Konflikte mit rein, über die man sprechen kann, über die man diskutieren kann und die vor allem das Potenzial für Themen bieten. Genauso wie bei dieser Folge, dass man nicht nur alles in guten und schlechten hat, sondern in diesen Grautönen, dass man, ja, dass die Crew einfach Hürden zu nehmen hat und dadurch noch mehr zusammengeschweißt wird. Ja, also grundsätzlich bin ich da absolut bei dir. Ich weiß noch nicht, ob das so klappen wird. Also keine Ahnung. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube, je mehr ich gerade darüber geredet habe, glaube ich nicht, dass Strange New Worlds diese Serie sein wird. Aber sie hätte das Potenzial, diese Serie zu werden. Ja, sie hätte das Potenzial schon, aber wie du gerade gesagt hast, wenn die es auf fünf Staffeln bringen, dann war das schon, das wäre schon, also da wären die schon weit gekommen. Ich glaube fest daran, dass die fünf Staffeln bekommen werden. Echt? Du musst wirklich fünf Staffeln? Also die werden, meiner Meinung nach, wird diese Serie nicht so aus dem Nichts gecancelt werden, weil sie deutlich verträglicher, leichter verträglich ist als so eine Discovery, die diesen Riesen-Story-Ark hat. Man kann die nutzen, um in einzelne Episoden reinzuschauen. Wir haben, wie wir es so oft sagen, eine Crew, an die man sich erinnert, auch namentlich erinnert und die noch viel Potenzial hat und wo man einfach Spaß hat, zwischendurch das auch zu gucken. Also es gibt eine Varianz in den Episoden, die einen so ein bisschen auch an der Stange hält oder die dazu führt, dass man nicht jede Episode mitgucken muss. Noch besser, was das angeht. Man muss nicht die ganze Zeit dabei sein, um die Serie noch zu verstehen. Und das ist meiner Meinung nach die große Stärke von Strange New Worlds, dass sie keine Binge-Show ist, die man in eins durchgucken muss, sondern in die man nach ein paar Jahren auch nochmal reingucken kann. Ja, da hast du absolut recht. Und um es abzuschließen, Disco ist vorbei, Picard ist vorbei, vielleicht in irgendeiner Form kommt es dazu, die ganzen anderen Spin-Off-Serien sind irgendwie so ein bisschen auf Eis, was das angeht. Die einzigen, die gerade noch so ein bisschen das Franchise am Überleben halten, Strange New Worlds und Lower Decks, und die sind deutlich erfolgreicher, soweit ich das sehe, als die anderen Serien. Und wahrscheinlich dadurch, also ich glaube, Strange New Worlds ist ein ganzes Stück günstiger als Discovery, was das ist, und Lower Decks kann man sowieso relativ günstig produzieren. Da muss man nur ein paar Abstriche in den Animationen, in dem Animationsstil mit akzeptieren, aber die sind nicht so teuer wie der ganze Rest. Da fällt mir übrigens ein, ich hatte bei Twitter gefragt, ob es irgendeinen Grund gibt, warum eigentlich der Pike in seiner eigenen Show nur noch eine Randfigur gibt. Und hat sich herausgestellt, den gibt's. Der ist nämlich Vater geworden und hat darum gebeten, nicht mehr ganz so oft filmen zu müssen in dieser Staffel. Aha, interessant. Ja, es hat sich so ein bisschen auch als Vorteil herausgestellt, ne? Ja, so ein bisschen, jetzt wo man's weiß, wie gesagt, es kam mir schon die ganze Zeit so komisch vor, warum ist der so selten und steht nur in der Küche rum und macht irgendwie überhaupt nix. Und ja, es hat ja dann in der Tat produktionstechnische respektive private Gründe. Hm, aber es wird nicht gesagt, ob er in Staffel 3 nochmal mehr dabei sein wird oder ob er wieder zu alten steckt. Da kenn ich jetzt die amerikanischen Gesetze zum Thema Elternzeit nicht. Also keine Ahnung. Es gibt keine Elternzeit. Wenn du Kohle hast, hast du Elternzeit. Aber das war's auch am Ende. Hab ich nicht auch gelesen, dass sie die dritte Staffel jetzt unterbrechen mussten wegen den Writers- und Actors-Strike? Hm, das weiß ich nicht, aber es wird, zu 100 Prozent würde das so sein. Irgendjemand durfte ja, wurde ja auch von der, bei irgendeiner Comic-Con, glaube ich, von der Bühne zitiert oder hat danach noch Ärger gekriegt, weil er zu viel Promotion gesagt hat, weil er zweimal irgendeine Serie erwähnt hat, die noch nicht fertig ist. Oder irgendein Quatsch. Also, ja, das ist alles etwas, also völlig verständlich, aber schon in manchen Teilen ein bisschen grotesk. Aber gut, es ist, wie es ist. Wollen wir da noch ein bisschen über das moralische Dilemma der Folge reden? Gerne, gerne. Also, Team Benga oder Team Klingone? Wenn man es emotional nimmt, natürlich Menga. Wenn man aber klassisch die Star Trek-Richtung gehen möchte, dann wäre es eher Team Klingone. Weil der, auch wenn er natürlich das zum gewissen Teil nur zum Schein gemacht hat, doch mehr die Ideale einer Föderation vertritt. Ah, und du bist also der Meinung, er tut nur so, als ob? Teils, teils, teils. Also, ich glaube schon, dass er ein paar Sachen aus dem Krieg wieder gut machen möchte, aber ganz deutlich sieht man ja daran, der große Twist der Episode, dass Menga der Schlechter von Jugal am Ende war. Dass er ja die Gelegenheit am Schopf ergriffen hat und sich dementsprechend gut verkauft hat, was das angeht. Und er gefällt sich in seiner Rolle des Schlichters, was das angeht. Das sieht man ja in seiner gesamten Habe, die er so von sich gibt. Wie stolz er ist, von seinen verschiedenen Geschichten rauszuhauen und wie stolz er darauf ist, dass er diesen Schritt tun musste. Und dass er nicht der klingonischste Klingone ist, sondern eine offenere Welt erreichen möchte. Der hat sich komplett in seine Rolle reingelebt und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass er durch dieses Schauspielern auch mehr daran glaubt. Man weiß ja, je mehr man sich in etwas reinsteigt, je mehr glaubt man auch daran, die ganzen Verschwörungstheoretiker. Aber im Kern weiß er ganz klar, dass er ein Hochstapler ist und dass er einfach nur Scheiße gebaut hat. Also ganz kaufe ich ihm die Nummer auch nicht ab. Er war halt so, wie die Vulkanier in der letzten Folge, so unwulkanisch, war er natürlich auch sehr unklingonisch. Ja. Auch hier würde ich teils teils sagen, wenn man so einen Martok und ähnliche Leute mit reinnimmt, die haben, wie du es eben gesagt hast, die hatten schon eine ganz deutlich angeberische Art da mit drin. Und dieses angeberische hat er ja an jeder Ecke raushängen lassen, natürlich mit dem gönnerischen Einschlag. Ja, gönnerisch, das ist gut, genau. Er hat so ein gönnerisches, gönnerisches gehabt. Ich bin ehrlich gesagt auch Team Klingone, for the greater good. Und da hat er an der Stelle einfach einen Punkt, da ist mir der Mbenga noch einen Ticken zu kleingeistig, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich in dieser Folge die schauspielerische Leistung von dem, ich muss da eben extra nochmal nachschlagen, wie der Schauspieler jetzt heißt, Babs Oluse Mokun, naja, kommt ja aus Nigeria, ich glaube, das war schon ein Zungenbrecher in der ersten Staffel. Das war schon, das war schon top, also ganz ehrlich, das habe ich ihm da wirklich richtig gut ausgekauft und das war jetzt für mich so nach Christina Chong so das zweite schauspielerische Highlight in dieser Staffel. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Er hat dieses, er hat dieses Understatement im Spielerischen drin, also dieses sehr Subtile, was er macht und dadurch kommt seine Wut, die er in dieser Folge verspürt, erst recht raus, weil man sieht, wie sehr er doch seine eigenen Gefühle unterdrückt und unter Kontrolle haben möchte. Er ist eigentlich deutlich vulkanischer, gerade als Spock. Ja, eher romulanischer so fast ein bisschen, oder was meinst du? Du meinst, weil er sich immer verpieselt und seine Gefühle nicht zeigen will, oder was? Genau, genau, weil er einfach sich sehr deutlich unter Kontrolle hat und das ist ja die Eigenschaft der Vulkaner, sie haben ja Gefühle, sie haben ja alles mögliche, sie unterdrücken, sie haben sie nur so stark unter Kontrolle, dass sie sie nicht so rauslassen. Und er hat dabei noch diesen empathischen Einschlag. Okay, das ist allerdings richtig. Es war natürlich jetzt ein schönes, auch das wieder so ein Kammerstück, wie fandst du die Reaktion der restlichen Crew? Da wird ja jetzt aus diesem, uns wurde ja in der Vorschau, also in Previously on Star Trek ja nochmal der von Michael Burnham ausgelöste Klingonenkrieg gezeigt, mit den anderen Klingonen, fand ich auch sehr, sehr spaßig. Das war jetzt ja am Ende dann ja doch eine viel größere Nummer, also ich bin so am überlegen, wie ich diesen Klingonenkrieg jetzt so finde, den haben wir ja in Discovery so ein bisschen verpasst, weil wir waren ja im Spiegeluniversum die ganze Zeit. Und den haben wir gar nicht so mitgekriegt und der kommt jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Nichts, weil der war natürlich irgendwie so immer da, aber der wird jetzt, also wenn man das einfach mal hochrechnet, wie viele jetzt da auf der Enterprise allein schon davon betroffen sind, dann hat die halbe Sternenflotte ja PTSD, das kann nicht gut sein auf die Dauer. Ja, das hat einen ähnlichen Einschlag wie der Borgangriff. Ja, genau. Und das fühle ich aber noch nicht. Ja, bin ich völlig bei dir. Also so wie sie in dieser Staffel diesen Krieg aufgebauscht haben, so hatte man ihn nie wahrgenommen in Discovery. Das war halt ein kleiner Konflikt, der ausgebrochen ist. Richtig. Und dann war gut. Ja. Aber dass da so viele Nebenkriegsschlauplätze passiert sind und der auch wirklich so lange Zeit angedauert hat, das war einem absolut nicht bewusst. Ich finde es aber gut, dass sie ihn so jetzt aufbauschen. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es nicht nachvollziehbar, warum sie es erst jetzt machen, weil es hätte ja das ganze Potenzial gehabt, jegliche von diesen Serien zu beeinflussen. Gut, die Disco ist in die Zukunft gesprungen. Da ist es jetzt völlig egal, was das angeht, aber Strange New Worlds hätte ja deutlich mehr noch davon betroffen sein können, was das angeht. Wenn sie es jetzt reinbringen und wenn sie jetzt eine große Sache daraus machen, finde ich es jedoch gut, weil es hat einfach genau wie bei dieser Folge das ganz große Potenzial, die großen Fragen zu stellen. Und mal wieder so ein bisschen in die ethische Ecke zu gehen. Absolut, ich bin der Erste, der da nicht Nein sagt, bin ich sofort dabei bei der ganzen Geschichte. Aber ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der zumindest sagt, okay, es fühlt sich jetzt einfach nicht so groß an, wie es gemacht wird. Aber das kann ja im Zweifel noch kommen. Ja, ja, was ich in dieser Folge aber nicht ganz verkauft bekommen habe oder geschluckt habe, ist einfach Chappell in der Art und Weise. Mbenga, dem kauft man das auch vom Schauspielerischen her ab, dass er da einfach so viele Emotionen hat und viel Traumata, die in ihm verborgen sind. Aber Chappell, ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin liegt, die das nicht ganz auskosten kann, auch wenn sie ein, zwei Szenen hat, die durchaus diesen Impact hatten. Aber ja, sie ist da angekommen und man sieht aber am Ende auch nicht wirklich, was mit ihr da passiert ist. Mini-Flashbacks sind da mit reingeworfen worden, aber diese große, dass sie jetzt nachts sich im Bett rumwühlt und mit ihren PTSD zu kämpfen hat, das kaufe ich ihr noch nicht ganz ab, leider. Ich verstehe es, wie sie das reinschreiben, weil sie auch einfach Teil des Ganzen war, aber das wurde mir nicht hundertprozentig bisher in dieser Serie verkauft. Ja, sehe ich ganz genau so. Es waren mir dann auch am Ende in den Flashbacks zu viele Charakter drin. Also da hätte man sich den, ich bei dem einen dachte, ja, das wäre sein Sohn. Irgendwie so, hä? Ich war kurz draußen und gehörst trinken und komme zurück so, hä, ist das sein Sohn? Und dann fand ich natürlich die Idee dann konsequent, dass halt an der Stelle er dann auf die Idee kommt, ich speichere den jetzt halt im Transporterpuffer. Warum das eigentlich dieser sensationelle Kniff nicht dann an alle Sternenflottenoffiziere ausgegeben wird, das weiß halt wieder nur halt das Drehbuch. Das wäre natürlich eigentlich ja die Lösung gewesen. Das ist eigentlich ja schon fast eine eigene Folge. Also diesen Konflikt in diesem Krieg dann zu sagen, ja, scheiße, ich habe hier meinen, keine Ahnung, ich könnte dann sein Patenkind oder sein Neffe oder so sein können im Transporterpuffer. Aber jetzt kommen halt zehn Verletzte rein und ich muss die halt da, ich muss die jetzt rauskegeln. Das allein ist ja schon eine eigene Folge wert. Ja, deshalb hat mich die Folge ja auch, ich habe die falsche DS9-Folge rausgeworfen, ich weiß nicht mehr, wie sie vom Titel aus hieß, es war nicht Time to Stand. Es war auf jeden Fall die Folge, wo Nog am Ende verletzt wird, wo sie auf diesem Planeten sind, wo sie auch die Stellung halten müssen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und das war, ja, das war der Teil der Episode, das war die eigene Episode, die da mit reingespielt hat. Ja, absolut, absolut. Also von daher war es mir... Irgendwie die Schrecken des Krieges oder so. Irgendwie sowas, ja. Also, wie gesagt, wenn ich was kritisieren möchte, dann, dass dieses moralische Dilemma allein eine Folge wert gewesen wäre. Gut, man brauchte es natürlich auch, um seine Wut dann sozusagen für den Kampf dann sozusagen später ein bisschen aufzubauen. Aber das hättest du auch mit einem Berg von Leichensäcken machen können, das hätte in dem Fall als Visualisierung gereicht. Also da hättest du jetzt nicht das noch machen müssen. Oder? Weißt du nicht? Also, ich glaube, es war nötig, weil man einfach diese Herleitung brauchte, dass er am Ende der schlechter war und dass er nicht nur ein Arzt war, der da unterwegs war, sondern seine nochmal dunkle Vergangenheit da drin hat, die man gerne nochmal näher beleuchten kann, was das alles bedeutet. Aber dass man... Es war ja so ein bisschen dieser Red Herring, den man mit reingebracht hat, diese leichte... Dass man erst denkt, dass man erst denkt, er kriegt die Taten des Klingonen eins zu eins mit und dann hat man am Ende diesen Twist, dass er derjenige war, den man natürlich relativ weit vorne hat sehen können, dass er derjenige war, der genau diese Taten durchgeführt hat. Aber ich finde, es wurde sehr im Rahmen der Story sehr organisch daran geführt und das hat sich aufgebaut nach einem, nach dem anderen. Und dementsprechend haben sich die Gegenwart und die Flashbacks gut ergänzt. Und das ist ja der Sinn von Flashbacks, dass sie einfach nochmal eine neue Ebene für die Taten der Gegenwart in das Ganze mit hineinbringen. Ja, absolut. Und das hat mir auch rundum gefallen. Wie gesagt, das wird jetzt auch wieder jammern auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass wir endlich mal so eine Folge hatten, die einen ein bisschen zum Nachdenken anregt, die einen etwas nachdenklich zurücklässt, und die nicht einfach nur was altes recycelt, wie gesagt, zum Teil ist das natürlich hier auch passiert. Aber wenn es so gut umgesetzt wird, wie jetzt hier, dann habe ich da ja erstmal keinen Schmerz mit. Na. Dann soll mir das an der Stelle ja dann auch erstmal recht sein. Ja, jetzt haben wir noch zwei Folgen. Eine davon ist die Musical-Folge. Also nehmen wir die mal raus. Wenn ich mir jetzt dann so durch diese Reihe durchgehe, ich mache gerade eben nochmal auf, warte mal eben Sekunde. Ich mache mal eben hier den Episodenguide auf. Dann haben wir hier der durchbrochene Kreis. Das war also ganz am Anfang die Folge. Da werden uns am Ende die Goren angeteasert, das mit den Klingonen. Dann haben wir Ad Astra, Ad Aspera, Per Aspera. Was war nochmal die Folge? Da ging es um. Die Gerichtsfolge. Richtig, das war die Gerichtsfolge. Okay, klasse. Dann hat man die Zeitreisefolge. Morgen, morgen, morgen. Dann hatten wir die Folge mit den Lotus-Essern, wo sie es vergessen. Dann hatten wir die lustige Spock-Folge. Dann hatten wir jetzt die Folge mit Uhura. Und dann hatten wir die lustige Crossover-Folge. Dann haben wir jetzt die Folge mit dem. Also haben wir schon mal von zehn Folgen schon mal drei, ich sag mal, außer der Reihe Folgen. Die dich so Charakter- und Story-Wise nur so bedingt weiterbringen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, bei zehn Folgen hab ich damit so ein bisschen ein Problem. Das ist mir zu viel Jux und Dollerei. Und ich glaube auch, dass sich vertikales und horizontales Erzählen halt nicht ausschließt. Also warum kann ich nicht die Planet of the Week erzählen und trotzdem im Hintergrund noch was weiterlaufen lassen? Ja, ich weiß. Dafür sind aber meiner Meinung nach weiterhin 24 Episoden der richtige Weg und nicht das. Also hier, ich weiß, was du damit weinst, dass diese Balance vielleicht noch nicht ganz getroffen wurde. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Meta-Ebene des Ganzen draufschaut und guckt, wie sich in den einzelnen Folgen dann mit den Charakteren, wie der Fokus wirklich auf jedem einzelnen Charakter lag. Dann ist es auch sehr typisch für Star Trek, diese Struktur, ohne dass man wirklich die großen Episoden noch dazwischen hatte, die sich dann nicht mit den Charakteren beschäftigt haben, sondern mit einem Problem, mit diesen großen philosophischen Fragen, die daraus entstehen können. Und für mich ist die Staffel bisher eine sehr gute Grundlage, die ein gewisses Teambuilding innehat, um jetzt weiterhin in Staffel 3 vielleicht doch nochmal eine geradlinige Story wie beim Dominion-Krieg mit reinzuführen. Wenn es die Gorn sind, dann sind es halt am Ende die Gorn. Aber ich finde, die Staffel bringt eine gute Grundlage, dass wir die Crew deutlich besser verstehen und dementsprechend die Crew demnächst durch die Pressmaschine bringen können, durch einen Wringer zwingen können, so ungefähr. Dass sie, wie ich eben schon gesagt habe, mit richtigen Konflikten in Berührung kommen. Und eigentlich bräuchten wir jetzt nochmal zehn Episoden, die diesen wunderbaren Mix zustande bringen, den uns 20 Folgen-Staffeln damals gebracht haben. Wenn es aber auf das reduziert wird und der Sinn dahinter ist, die Crew besser kennenzulernen und die Charaktere zu verstehen, dann hat die Staffel für mich genau das erreicht, was sie vielleicht sogar erreichen wollte. Und wo du sagst, die Musical-Episode, die siehst du eher in sowas wie der animierten Episode, in den Crossover-Episode, würde ich nicht sagen. Bei Musical-Episoden, wenn man sich mal dann anschaut, welche Serien bisher Musical-Episoden hatten, vor allem sowas wie Buffy, die haben nochmal den Kern des Ganzen nochmal herausgeholt. Also da ist durch dieses unfreiwillige Singen, wird das Innerste der Charaktere nochmal herausgebracht und die Konflikte, die kochen dann entsprechend über. Sodass am Ende der Musical-Episode wahrscheinlich so einige Scherbenhaufen dastehen werden, die sie in Folge 10 nochmal wieder aufkehren müssen. Ja, ich bin gespannt. Also, Mai, vielleicht hast du ja recht. Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Ich habe den Trailer gesehen davon. Ich fand die Musik ganz nett. Es könnte was werden. Ich bin gespannt. Ich lasse mich wirklich überraschen. Aber eins hat mir jetzt gerade, was du gerade eben gesagt hast, hat mich so ein bisschen, es wäre eigentlich, eigentlich ist diese Staffel eine gute erste Staffel, aber keine gute zweite Staffel. Weil alles, was du so gerade gesagt hast, ist für mich so eine erste Staffel. Ja, beziehungsweise der gute zweite Teil einer ersten Staffel. Ja. Sehen wir Staffel 1 und 2 als Staffel 1 an. Ja. Ja, dann wird es irgendwie runder. Das kann gut sein. Ja, und das fehlt uns dann insgesamt und deshalb, wir brauchen mehr Episoden und wir brauchen jetzt den Switch, den DS9 auch nach der zweiten Staffel hatte, wo wir uns mit einem großen, ganzen Problem beschäftigen und dann könnte diese Serie richtig, richtig großartig werden. Wir bräuchten die Expanse, also von Enterprise, die Expanse, die wir dann hatten, um, ja, Discovery hat es in jeder Staffel versucht, BK hat es in jeder Staffel versucht, jetzt ist aber der Zeitpunkt für Strange New Worlds angekommen, wo man wirklich die großen, the big guns rausholen kann, was das angeht. Ja. 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 Vorher in Essen im Rabbit Hole Theater. Da wird es eine kleine Live-Show geben. Auf der Magic-Con werden wir auch wieder sein. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Dann auch nochmal Secret War Invasion. Die, das ist, ich hab gerade angefangen, wir haben es vorhin kurz gesagt, es ist, ja. Mal gucken, was wir dazu machen. Ähm, Ahsoka geht weiter. Ich freue mich drauf, wenn ihr noch eine gute Serie braucht, schaut ab nächster Woche Only Murders in the Buildings. Die dritte Staffel geht weiter, weil sie das auf Disney Plus noch nicht gesehen haben. Fang von vorne an. Das ist großartig. Ich lache sehr. Und, äh, in diesem Sinne, Michael, dir wieder vielen Dank fürs, äh, Mitdiskutieren. Heute mal wieder eine etwas längere Folge. Aber ich glaube, da seid ihr uns nicht böse. Und in diesem Sinne macht es Jörg. Bis die Tage. Und, äh, bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums.